Ja, es gibt auch einen dritten Satz und das ist eine sehr schöne Melodie auch und die meisten von Ihnen werden es vielleicht kennen. Und jetzt ist es so, dass ich gedacht habe, gut, wir haben ein bisschen Beethoven, wir haben ein bisschen Popmusik draus gemacht. Und dann habe ich gedacht, aus dem dritten Satz muss man mal einen Blues. Wie spielt man Blues? Wie spielt man Blues? Ich versuche die Melodie vom dritten Satz Beethovens einmal in einem Blues zu formen. Ich versuche die Melodie vom dritten Satz. 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 Ich versuche die Melodie vom dritten Satz.